so damit Herzlich Willkommen zurück zu Call of Duty Modern Warfare 3 ja wir spielen heute mit dem positiven also das ist der Millennium der hat sich nun gerade einen anderen Namen ausgesucht ja ich habe wieder Bock bekommen und in letzter Zeit habe ich auch mit dem Spiel mehr Spaß als mit Black Ops 2 deswegen spiele ich lieber dieses Spiel hier wenn wir noch mal stunden wollen ja wir spielen heute 2 gegen 2 und vorlich daran Spaß hat so mit Melenium das zu spielen obwohl er gerade nichts sagen kann nur weil ich immer noch keine Möglichkeit gefunden habe über das sind zu zweit spielen können Bollemund ist heute so trockener Wattmann ich trink mal kurz was es kann die Welt ist erlaubt Wasser ist immer gut sollte mir leiden musste hätte ich vorher machen sollen aber jetzt mal schon im Spiel drinnen aber es lebt ein bisschen lang oder ja da ist möglich geworden ja super hat er voll gebraucht die Hälte sie noch immer beim Let's Play so ich weiß auch nicht warum egal der Machen Bodenangriff da ist auch ein bisschen mehr los und nichts Bodenangriff Absprung Zone ich bin doch nette Zeit wieder die PlayStation 3 Version ja habe ich in die Bock bekommen hat mich sogar ein Mettbeck gekauft für 14 Euro 0 95 Nenik 5 90 14 Euro 49 das erste Mettbeck da wo Ding dabei ist wenn diese italienische Mettbeck ist ist richtig cool eigentlich macht schon Bock obwohl ich mit dem Geld hätten und nicht so gut klar kommen dann lerne ich jetzt noch irgendwann damit aber der Vorteil bei der PlayStation ist und ist halt einfach das dann mehr Spieler spielen hier spielen glaube ich 7.000 Leute 6.000 Leute wenn du mal Glück hast bei der PlayStation Version spielen nachts ab um 4 Uhr gezockt spielen nachts um die 70.000 also das ist schon Unterschied deswegen eigentlich nicht Konsolen was zum Beurkopf tut die Pässe wenn ich damit klar kommen würde er würde ich ist sie ganz abzocken vor Ort Mayroth und vor allem hat man ja auch noch den Fernseher Vorteil was um in dem Monitor sah eben den Scheißer lieber von Riesen nur Fernseher und schon auf der Couch also naja aber jetzt war schon im Spiel drin vor allem der drei Tage her sie ist jetzt mal gezockt habe Ding ist gut Mert ist auch okay vor und hat man glaube ich auch nur nicht okay ich sehe noch keinen weil natürlich jetzt folgte heute wird er und beschwert dass sich wenn ich in den Kindesklau okay ach ich habe das Messer dabei weil ich Ding gemacht da weil ich mich ein bisschen Action hier gemacht habe das Messer vielleicht mehr ein damit erlangen m so ist es besser aber ich habe schon wieder aber das ist so damit Messer gekillt ja ich haben nicht ein bisschen Spaß gemacht mit Millennium das nur beide mit dem Schild gelaufen haben wir müssen die Gegner geärgert zwar ist ganz KT kaputt gemacht aber es auch scheißegal über der PC was umbekomme ich in keine geschadet hat immerhin Schade wäre schon gewesen wäre nicht schlecht gewesen Traum und so so sind dann noch die die Kackpratzen neun Spaß das sind das für eurem ist der nicht mit ihr Hörgen Schild kommt wir sind auch egal so als er sich das Messerwerfen Morgon was passiert leider nicht der Haus ist es so wir werden das ist doch ein Feind der Block der Radar heute nichts gemacht ja wir haben auch geladen was wir konnten das machen also bei Zeit ist er hat der Falle an und mit Grunde und konnte Tränchen das ist ja die Fiecher und da kann ich nicht klar und zum Ende die Grösung Schildkott sich jetzt schon 5 1 hat Melenio mehr gut Asi ist ja super hat er mit dem Kiel klaut das hat sich ja auch immer du haust voll trug und trotzdem auch gegen Depp den letzten Schuss und dann ist es zum Maßstum Alter er ist immer los hier und die von der Halle her 5 3 Neuer Kumpel lassen auf jeden Fall deshalb der Pläser Schwestern was sei nicht auch ganz lustig ja ich habe nur wussten aber nicht mehr so stark ich habe jetzt Tabletten genommen also was das Tabletten solche wie heißen die zu komischen Dinger da diese und diese Hustensaft zum Lutschen da hilft eigentlich ganz gut im Vorhaben ich konnte ihn genommen verschreibbares also ohne es ist gekommen wir sollten Scheißdreck geholfen jetzt ziemlich so um Hustenpastillen genau so als die Viecher die man nicht so im Laden bekommen und die helfen nach der ersten Behandlung das verstehe ich eben nicht äh da habe ich eben eine Scheiße genommen ach super ich hatte es um auch den Namen ließen wenn man geflasht ist 10-5 bei der Türkei ein bisschen schlechtes da ihr kriegt wir sind auch nicht bei der Abschrungzone kann mir auch so sagen was man da nicht so viele Punkte bekommen und um Kild Achtung hat und nicht im Modus Echtgeist das ist ein lecker für die Lecker um an wo ist nämlich gestorben die Möbeln nur Prozent Ding geschossen haben abgeschossen haben wir laufen heute nicht so da den haben wir auch wo auch immer mit dem noch bekommen das war ja klar jetzt haben wir auch noch die um die Todesdingen Star das Matyrium was ist das heißt das heißt das ist gut und eigentlich ist man vielleicht zu kommen das war noch tot 8 8 es gibt es doch gar nicht was noch heute los Jokies auch das erste Spiel was ich heute gemacht habe und man wird hier nur geflasht ich finde nur das ist die Flasches haben wir denn vier Stück Alter da er hat er hat er hat er hat er hat er hat er verdient er hat so es ist dort ich habe jetzt sieben ja auch überhaupt keine Orientierung muss ich auch was sagen ich bin zu orientieren ich bin 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 wir hatten der sich vorgezogen bitte schön ja ist doch nicht wahr also das Messerl ist ja es ist total unrealistisch und da kann man kein ich bin ich bin Herbert 10 10 mit dem Kopf auch ab dem Leben jetzt sagen super so soll man auch sehen vermut man wurde so praktisch eben wie er ist es ist total unschön sofort mal einen positiven dann vielleicht was wir wir überhaupt nichts wenn ich sage überhaupt nicht so manche auch überhaupt gar nichts das sollte zu verstecken uns überhaupt 5 5 wir alle verlassen verstehe ich auch nicht weil wir dabei sind wenn wir alle Tod machen 2 2 das Wort auch gut Glück schade kann auch passieren dass es klappt kann immer noch passieren ach es was Level war war wenn die FG für eine lichtige zu tausend da habe ich immer noch nicht wobei ich sagen muss es mir die Waffe nicht so wirklich gefällt weil sie übel verziehen vielleicht die Zahl an dass sie einfach nur das Park hat hält nicht ab damit ich die schießen kann also aus der Hüfte aber das hat er geklappt aber ein bisschen vorstirmen ach super ich hasse ist das Wort okay ich glaube es sind tot der Haut hat das positive Zeit oder woher von sich stören was hat das sind für eine ich würde sagen vollidiot aber okay vollidiot ja das aber da muss ich gekillt so über die Chance wir wollen die Fläschung auf Wurtdruck halten das geklappt Alter man wird hier nur geflasht nur geflasht das ist denn das für eine Scheiße Alter so oft der Fläscher die in der ganzen zwei Stunden zwei Stunden zwei Stunden Session Dich E wie jetzt in diesen beiden Spielen das kann los das hast du nicht scheiß Camp das ist wahrscheinlich immer noch im Haus das herbert trotz des Volk zum Augen des Landes 14 13 eine gute Runde heute keine gute Runde heute HB hafisch auch die jetzt kann man ein Krieger mit bafisch nachmachen das das habe ich mir verdient einfach mal blind rein und kommt das da eine Komponente geile Sache geile Sache geile Sache allein für den Kinder die die Sitzung allein für den Kind auch super bei den Munitionen leer 17 14 Lötze doch noch ein bisschen besser das ist die komische Aufklärungsdrohung da und zum Glück hier fach ich dachte der Tod hat alter scheiße das war nicht so gut auch scheiße die Fläschung geht immer sie sie ja das war scheiße egal egal mehr wir haben geilen Kiel gemacht ist das passt dann schon wieder 8 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 9 9 9 das ist eine Art Schadenholt 9 10 8 8 9 9 10 9 9 10 9 9 10 10 10 11 10 11 2000 10 10 die alle mit ihren Letzten in den Skirchen da haben wir verloren wenn es nur ist auch mal ich wollte und ich wollte ich aus Autos steigte ich noch gekommen naja man kann es so gut und an ihrem Kulte gemacht also passen man ist die Folge Kassel wir haben sieben Assis erlernt und wurde auf der Kille geklaut der Positiv hat auch nichts wirklich auf die Reihe bekommen ja das Gegner Team die Besserung Spieler gehabt Kürtel hat 1 zu 17 gehabt glaube ich meist am Schluss durch geworfen Messer ja also ich denke das was ist er so wieder für diese Runde wir sehen uns das nächste Mal wieder wenn es sich das Ziel veröffentlicht heißt oder Monomore vertreibt und durch aus dem Maß also dann bis dann tschüss auch ja über du w w w w w w w Untertitelung des ZDF, 2020